Wegen weiter stark steigender Corona-Infektionszahlen ruft der Libanon nun den Gesundheitsnotstand aus und verschärft damit den Lockdown noch einmal gewaltig. Ab Donnerstag gilt dort eine elftägige, vollständige Ausgangssperre. Diesmal betrifft der Lockdown auch die Supermärkte, die nur noch tagsüber einen Lieferdienst anbieten dürfen. Die drastischen Maßnahmen erklären sich anhand der hohen Inzidenzzahlen. Bei rund 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern liegt die Zahl der Neuansteckungen bei über 5.000. Die Mortalitätsrate ist ebenfalls gestiegen. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums steigt die Zahl der Toten auf mehr als 1.600. Insgesamt ist der Zustand im Libanon sehr kritisch. Die Krankenhäuser klagen über einen Mangel an freien Betten auf den Intensivstationen. Vor den Kliniken müssen Patienten teilweise lange auf eine Behandlung warten. Wegen der Leichtfertigkeit vieler Menschen müssten die Libanesen nun vor sich selbst geschützt werden, sagt der amtierende Regierungschef Hassan Diab nach Medienberichten. Lokale Medien sprechen hingegen von einem Versagen der Regierung. Über Weihnachten und Neujahr hatte diese die Beschränkungen gelockert. So durften Restaurants und Bars wieder öffnen. Die Regierung ist nach ihrem Rücktritt nach der Explosion nur noch geschäftsführend im Amt. Die Bildung eines neuen Kabinetts stockt. Der Libanon erlebt seit Monaten eine der schwersten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie und die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut Anfang August mit mehr als 190 Toten haben die Lage weiter verschärft. Viele Menschen sind in Armut abgerutscht. Die